Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit Baumeister Mausi und natürlich mir dem Schiffsfahrer Turtle und dementsprechend fahren wir jetzt gleich wieder ein Stückchen weiter, was sich jetzt ja als länger erachtet hat, als ich eigentlich gedacht hatte. Jetzt wäre die Idee auch noch, einmal mal von hier aus versuchen ins Landesinnere zu kommen. Wir haben hier jetzt sozusagen Goblins, aber ich will das halt schon in der Nähe vom Schiff haben. Das heißt, ich reiße das jetzt hier wieder ab. Gehe wieder an Bord des Schiffes, fahre jetzt wieder zurück. Es ist ja soweit wieder repariert. Und jetzt versuchen wir hier nochmal rumzufahren. Ach, ich habe vergessen mir den Buff zu holen. Zu spät. Nein, Drachen-Mami-Buff. So, nochmal schön raus scrollen, damit ich ein bisschen was sehe. Den Wind nochmal ausnutzen, den ich gerade im Rücken habe. Boah, Alter. Das ist ja... Augenmaß. Augenmaß. Also, meine Befürchtung ist nämlich, dass diese Insel jetzt hier doch nochmal riesengroß ist, die wir jetzt hier umfahren. Aber wenn ich sie jetzt umfahre, dann habe ich wenigstens gleich die Maße so ungefähr der Insel. Und Alter, da ist dann nochmal so eine halbe Landküste. Dann wird nochmal irgendwas aufgeploppt. Scheint aber vom Düsterwald zu sein. Na, mal gucken. Natürlich dreht jetzt, genau jetzt in dem Moment dreht der Wind so krass, dass du wieder Gegenwind hast, Turtle. Ah. Das gefällt auch dem Troll da drüben nicht. Na, ich könnte was zu essen vertragen. Ich werde jetzt mal noch nichts essen. Mal, solange es jetzt nur Seeschlangen sind, die mich jetzt hier jagen können, brauche ich eigentlich keine Angst haben. Problem ist, das sieht aus, da drüben, als wenn es jetzt irgendwie in den Nebellande wieder übergeht, ne? Ja. Da drüben sind Nebellande. Versuche ich da jetzt rumzufahren oder versuche ich es nicht? Versuche da jetzt mal rumzufahren. Weil da hinten sieht man ja schon den Nebel. Das heißt, ich darf da nicht in die Riffe rein. Und ich hoffe, dass mich die Sucher nicht angreifen oder sowas. Alter, ist das sein Ernst? Wie groß ist diese Insel bitte? Ich dachte, das wäre jetzt hier einmal so, ja, von hier aus sind wir gestartet. Wir hätten ja einfach mal hier so durchfahren können. So war mein Plan. Wustekuchen. Plan ad, würde ich sagen. Na gut, hatten wir nochmal Nebellande zu erforschen. Ha 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 ha. Aber so ohne den Nebel sieht das eigentlich ganz cool aus, das Gebiet, ne? Wenn der Nebel nicht wäre. Alter, da drüben geht es ja noch weiter. Das sieht aus, als wenn da so eine riesige Bucht ist. Alter, da werden wir so nicht rüberkommen. Gut, Planänderung. Das wird mir hier auch zu risikoreich, wenn ich jetzt hier in die Nebellande steuere, ohne irgendwas anständig zu sehen. Da würde ich lieber zu Fuß durchgehen mit dem Irrlicht. Da sieht man ja schon wenig. Aber wenn ich mich jetzt hier mit dem Schiff verfange und das Schiff ist fast voll. Das wird zu risikoreich. Wir fahren jetzt andersrum. Das heißt, wir machen das jetzt andersrum. Wir fahren jetzt einmal so herum. Also hier zwischen Hildir und so weiter durch. Weil hier ist ja Wasser. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt sozusagen mit Hildir hier jetzt einmal querbeet durchfahren. Ich glaube, das wäre dann deutlich besser, als wenn wir das, was ich jetzt hier versucht habe. Das ist, äh, hier kommst du nirgends so durch. Aber wenn ich mich da hinten in den Nebellanden verfange, jetzt mit einem fast vollen Schiff. Wir haben hier eine Kiste drinne. Wir haben Schwarzmetall drinne, was wir noch brauchen. Damit wir in den Nebellanden vorankommen. Dann wären jetzt die ganzen Folgen umsonst gewesen, wenn das Schiff jetzt sinkt. Weil gerade das Metall, das sinkt ja immer so blöde unter Wasser. Von daher hätte ich dann nachher eher Panik, dass mir jetzt das ganze Metall flöten geht. Das Eisen ist nicht so schlimm. Die Bronze auch nicht. Das Schiff kann man zur Not auch neu bauen. Aber das wären dann jetzt ein paar Spielstunden, ein paar Folgen, die dann umsonst gemacht worden sind. Wie siehst du das, Maus? Ja. Und von daher Geben wir das Risiko nicht ein. Ich muss sogar da hinten wieder hin. Sonst komme ich hier ja gar nicht durch. Die Insel ist sogar fast verbunden hier, so wie das aussieht. Oh wei. Na ja, gut. Lieber nochmal Safety spielen. Anstatt jetzt hier alle zu verlieren. Und sich nahezu ärgern. Besser ist es. Besser ist es. Hier müsste ich doch eigentlich gut durchpassen. Ne, das passt doch. So, da hinten haben wir den Berg. Das müsste der dann sein. Und der Insel, wo wir sowieso schon nebellandig hier oben waren. So, jetzt müssen wir gucken. Dazwischen will ich. Okay, nochmal den Rückenwind nehmen. Mal hier ganz, ganz nah dran vorbeischrabbern. Ja. Und den einen Stein nicht sehen. Mausi lacht mich schon wieder aus. Mausi gemein zu mir. Nee. Nee. Du lachst mit mir, ne? Mhm. Fand ich aber nicht lustig. Ach doch. Du fandst es lustig. Echt? Du weißt es nur nicht. Achso. So ein Ding ist das also. Das da sah jetzt aus wie so ein Krieger mit einem riesigen Schild. Oder das ist ja irgendein Stein oder sowas. Ne, das ist ein Stamm. Von weiten sah das aus, als wenn das ein Krieger mit einem riesigen Schild ist. Ne, das ist ein Schiff, was untergegangen ist. Noch besser. Noch besser. Achso, ich bin... Wollte gerade sagen, warum kann ich nicht mehr steuern, aber... Ich bin auszusehen aufgestanden. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter in die Richtung. Keine Riffe voraus. Wunderbar. Sonne scheint. Auch gut. Ich weiß auch nicht, ob die Viecher, die die Zicken runterschmeißen, diese großen Luftballons, ob die einen übers Meer verfolgen. Das wäre eigentlich auch nochmal interessant zu wissen. Dass wenn die einen getriggert sind, dann sagen so, hey, ich verfolge dich jetzt auch mal übers Meer. Na, ich denke mal, die könnten auch richtig dicken Schaden am Schiff anrichten. Und dich dann mal zum Kentern bringen. So, jetzt von hier aus gerade, dann da hinten rüber. Hier mal rum. Da wird es halt ein bisschen tricky. Wie gesagt, das ist eine riesen Insel hier. Da hast du nirgendwo irgendwo eine Ebene, wo du mal rein kannst. Naja. Okay. Das müsste jetzt dann auch die größte Insel sein, wenn man das jetzt mal hier so alles zusammen nimmt. könnte das vielleicht sogar die größte Insel sein, die wir haben von unseren jetzigen Inseln, weil zum Beispiel die hier ist ja dann dagegen ja klein da kommt noch drauf an was da hinten jetzt noch ist bei der Nebellander, wie viel Land da noch kommt ob da noch Land kommt Düsterwald, Regen, Ebene, Regen Das Spiel kann sich auch nicht so wirklich entscheiden Jetzt haben wir wieder Sonnenschein Ich glaube ich bring den Regen hinter mir mit So, jetzt haben wir keinen Rückenwind mehr Ich glaube das wäre jetzt nochmal schlau wenn ich mich hier nochmal kurz zu Hause melde so nach Motto Ich glaube den Schmank hebe ich mir auf, wenn wir Sag mal schnell, wenn es kurz vor Nacht ist Vielleicht will ich jetzt nochmal schlafen, dann kann Mausi im Hellen bauen Das ist eine Idee, wa? Mausi? Ich bin begeistert Bist begeistert Ich kann dich auch im Dunkeln bauen lassen Bisschen mehr Freude hier, ja Die Stirn ist gerunzelt Und sie ist am Denken Dann lass ich sie mal denken Jetzt kriegen wir sowieso nur freche und spitzfindige Kommentare von ihr Nicht freches Mausi? Naja Naja Also Fifi, ja ja, lass mich in Ruhe bauen Ich habe keinen Bock auf dich Ich höre dir eigentlich nur mit einem halben Ohr zu Es ist sowieso scheißegal, was du jetzt sagst Es ist mir egal Ich will bauen Ja, da ist der nächste Troll Hatte der schon einen Namen? Ich weiß es gar nicht mehr Hatte ich dich schon getauft? Ich glaube, der antwortet mir nicht Würde ich auch nicht machen, wenn ich eher wäre Würde mir auch nicht antworten Können wir jetzt langsam Rückenwind Oder kriegen wir noch gar keinen? Noch gar keinen Das Gute ist, da vorne sind Riffe Da kann ich langsam dann durchfahren Die kleinen Pixie-Steinchen aus dem Wasser Das Wasser ist schön ruhig Deswegen passt das eigentlich ganz gut Dürfte also Nicht so schlimm sein Ganz langsam und sachte hier durch Mit Gefühl Oh, passt So, und wenn ich jetzt gleich da um die Ecke bin Dann hätte ich ja an und für sich Rückenwind Äh, der wird dann aber sich einstellen Und dann wird der Wind gerade in dem Moment drehen Ich kenne doch mein Glück Oh, stimmt, da hinten waren wir auch schon Äh Okay Jetzt habe ich gerade noch schnell was essen Ich habe nur noch das Moskitochen gesehen Zum Glück ist das direkt wieder am Schiff Alter War das knapp Hät der mich jetzt gestochen, wäre ich gestorben So viel Rüstung hat er die Wolfsrüstung nicht War jetzt auch total in Gedanken Habe ein bisschen die Landschaft genossen Ein bisschen mich vom Wellenrauschen begleiten lassen Oh, wir haben ein bisschen Seitenwind Wenn es nicht viel ist Wir können Fahrt aufnehmen Und da ist er wieder weg Und da ist er wieder da Ja Noch ein Stück Noch ein Stück So, hier müssten wir dann halt Rückenwind kriegen Wenn der Wind so bleibt Wenn das Wörtchen wendig wäre Dann wäre dieser Lokster Millionär Jetzt dreht der Wind richtig Und jetzt kriege ich gleich wieder voll den Wind Wie ich ihn nicht haben möchte Na, es ist ja super Genau in dem Moment, wo ich hätte Wie ich es vorhergesagt habe Wo ich Rückenwind hätte kriegen können gleich Habe ich jetzt natürlich wieder kalt Eiskalt Gegenwind Supi Egal, was man macht Man macht es verkehrt Vorsicht Sandbank Da wollen wir jetzt nicht auflaufen Aber wir können hier mal kurz abbremsen Dann nehme ich mir das Ding hier jetzt mal Und dann gehe ich mal gleich ins Bettchen Ne, komm, brems ab Zurück, 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 zurück Zurück Okay, jetzt haben wir es zurück So, einmal hier Das Ding hinstellen Dann kann ich dich auch gleich nochmal reparieren Das Portal hinballern Lager Verbinde dich Jetzt Ach, zu Hause Es hat mich wieder So, dann hier nochmal kurz die Rüstung reparieren Das Schwert hat ja ein und für sich nur einen Stich abgegeben Und dann ab ins Bett Weil Mausi es mir befohlen hat Hat mir Mausi doch befohlen, oder? Könnte sein Könnte sein So, gedankenübertragungsmäßig Ne? So, guten Morgen Liebe Sorgen Weiter mit der Schiffsfahrt 773. Tag Ob es eine Maximalanzahl an Tagen gibt Die du hier Spielen kannst Ja, das ist instant verloren, oder was? Ja, so nach Motto Glaub ich zwar nicht, dass es sowas gibt Ah, ich habe wieder den Buff vergessen Egal Jetzt bin ich schon wieder los Aber ich habe diesmal Rückenwind Wir hätten schon mal bis Hildir Rückenwind Dann kann ich ja mal gucken Die Kiste könnte man vielleicht nochmal abgeben Also wenn ich es schon mal da ins Lager eintragen Oder ins Gebäude So, jetzt erstmal raus scrollen Nämlich hier auch ja den richtigen Treff Oh, 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 oh Ja, es ist nochmal ein bisschen Schiffsfahrtkünste zeigen Da kommen wir Dann machen wir hier Die eine Kiste lege ich dann da oben schon mal ins Haus ab Die müssen wir nicht abgeben Und dann kann ich das Portal auch nochmal nutzen Dann holen wir uns doch nochmal den Buff So Halt, 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 halt Ja, jetzt bin ich schon zu weit rein Ich hoffe, ich komme hier gleich wieder raus So, hatten wir hier noch eine Kiste Oder muss ich hier jetzt eine Kiste bauen Bin mir nämlich nicht sicher Ob ich hier schon mal eine Kiste gebaut hatte Ne Sieht nicht da noch aus Eine Werkbank haben wir Aber die brauche ich ja noch Na gut, dann hole ich mir gleich eine neue Äh, dann machen wir hier mal eine kurze Kiste Halt Schmeißen hier schon mal das eine rein Dann können wir nämlich auch durchs Portal Muss ich mir nochmal 10 Holz holen Damit ich wieder die Werkbank hinstellen kann Das sollte aber nicht das Problem sein Also wir gehen erst zum Buff-Ort Dann wechsle ich jetzt den Knochenwanz gegen die Drachenmutti aus Machen wir hier So Gut, dann einmal Holz holen Dann müssen wir ja nur einmal gegenüber rüber Zehn Stück So Hast aber wenig Holz hier aus dem Lager benutzt, Marsi Ja Da ist ja fast nichts raus Bauchst du überhaupt? Ich rauche nicht, ne Ne, baust du überhaupt? Bauen Weil da fast nichts raus ist Deswegen Weil wenn ich anfange zu bauen, dann Äh Reicht die Kiste mal zwei meistens nicht So Jetzt einmal wieder hier zurück Hier ein bisschen aufgelaufen Oh, da ist noch einer Schön drin vorbei Und jetzt hier einmal schön zackig rum Und sieh da Wir hätten Gegenwind Mal gut, dass ich mir den Buff geholt hab Rück in Wind So Und jetzt müssten wir es doch schaffen Da hinten irgendwie hinzukommen Jetzt bin ich hier extra nochmal einmal komplett außenrum gedüselt Jetzt würde ich endlich sehen, wie der Turm aussieht Alter Da ging die Welle jetzt tief Ich hätte mich ja beinahe auf dem Meeresgrund auflaufen lassen hier Das war ja mal richtig geäppt So Das da hinten ist die Teergrube Ja Das heißt, wir müssen hier nochmal so ein bisschen rum Der gute Morgennebel Der darf natürlich in den Ebenen nie fehlen So Wenn man ein bisschen mehr sehen kann Muss ich von der Karte her aussteuern Sollte aber passen Weil ich seh legit mal wieder nichts Ah, jetzt Da hinten sehe ich das Feuer Bisschen die Insel Da ist schon wieder Schwein gehaftet Mit den Riffen Das heißt, jetzt müsste gleich der Sumpfteil kommen Na, wir zählen immer noch in den Ebenen Das heißt, wir werden den Nebel noch eine Weile mit uns rumschleppen Da hinten sehe ich die Umrisse der Bäume Da hinten sehe ich die Umrisse der Bäume Der will mir jetzt sogar hinterher Und mir ans Leder Du bist ja echt einer da Na komm Hol mich ein Du kleiner Geist Für gleich den Den Vernichter der Rache Geister So Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rum Und jetzt irgendwann fast direkt drauf stoßen Auf den Turm Das sollen immer noch in den Ebenen sein Ich seh halt aber überhaupt nichts Okay, das wäre auch noch nicht mal schwimmen oder sowas Wir sind jetzt auf dem Ozean wieder gelandet Lichtet sich wenigstens der Nebel jetzt Ja Okay, da hinten sehe ich eine Insel Land in Sicht Das scheint aber ebenfalls nochmal eine Ebene zu sein Ich bin jetzt so weit von hooked Wir jetzt wissen, was da hinten los ist Na und von dem sollten wir dann eigentlich Also hier können wir dann uns Ansetzen Dann baue ich erstmal das Lagerportal hier direkt beim Schiff auf Weil es wird schon wieder neblig ohne Ende Dann lasse ich das Schiff erstmal da stehen Und dann gucken wir erstmal, dass wir dann da irgendwie hinkommen Und uns das Ganze vielleicht mal angucken Oh, 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 oh Ich bin schon zu Tief drin Bremsen, 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 bremsen Zurück, 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 zurück Mal kommt da jetzt dicker Wellengang Problem und so Bisschen weiter raus hier So Und bremsen Gut, das passt Da haben wir nochmal Moskito Komm her So, das heißt wir bauen das jetzt hier einmal kurz auf Das Lagerkonstrukt Dann sind wir hier schon mal so weit safe angekommen Und da sehe ich auch schon den ersten Gobbo Ja, oh Dann mache ich mir jetzt hier nochmal Holz Zwei, vier So 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 Das müsste schon lange, lange gereicht haben Machen wir hier die Kiste rein Dann lege ich hier schon mal das erste hin Na komm Wir können eigentlich erstmal alles reinschmeißen Was ich jetzt hier noch bei habe Jetzt gehe ich leer dahin Weil ich will jetzt wissen In welcher Region das jetzt spielt Weil hier haben wir jetzt schon wieder Ebene Ist das jetzt Sumpf? Ist das jetzt Ebene? Was ist es? Oh Ja Vorsichtig sein Wir haben Teerschleime hinter uns Okay, der Turm ist ein Ebenenkonstrukt Okay, hier haben wir noch Oh, alter Wieder weitere drei Teergruben hier Es ist ein Ebenenkonstrukt Ja Machen wir erstmal Vorsichtig Eins nach dem anderen hier weg Ich habe jetzt keinen Buff Der mich nur mal ein bisschen beschützt Das heißt, wir sind vorsichtig Und hinterhältig Oder auch nicht Oh, haben die mich alle getroffen Hui Ah, noch ein Treffer Laufen 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 Hui Das war mal wieder knapp Das war mal wieder knapp So Einen habe ich Der Rest ist jetzt weggeploppt Hinten rennt einer rum Da rennt einer rum Gut Am besten immer nicht treffen lassen Das ist immer das Beste Aber gut Wenn ihr jetzt hier so schön einzeln kommt Dann kriege ich euch auch gut hin So Hier haben wir jetzt keinen mehr Hoffe ich mal Dann markiere ich die schon mal So Das hier ist eine Teergrube Schauen wir mal Ob wir hier noch irgendwo was haben Versiegelter Turm Okay Alter, wie viele da drinnen sind Aber wie soll man denn in den Turm reinkommen Warte mal Höhlenforscher Dieser Ort scheint eine größere Hürde darzustellen Als du vielleicht erwartest Überlege es dir gut Bevor du weiter gehst Und stell sicher Dass du gut vorbereitet bist Alter, das hört sich an da drin Aber ich glaube Da muss man dann erstmal so Versuchen ranzukommen Und dann hochzubauen Oder sowas Oder kann man den hier Einstürzen lassen Nein Alter, das hört sich da drinnen an Irgendwas kann ich da drinnen aber hauen Okay Das heißt hier erstmal das Dorf weg machen Na dann würde ich das alles erstmal hier her holen Das sieht sehr sehr gefährlich aus Also irgendwie müssen wir uns dann hier hochbauen Wo wahrscheinlich Weil es gibt keinen Eingang so wirklich Das gibt keinen Eingang so richtig Den einzigsten Eingang den ich sehe Das wäre Huch Er hat das Loch hier hingemacht Wäre das Ding da Oder da oben Ich weiß nicht ob man da durchgehen kann Oder nicht Das sieht aus wie Als wenn man sich da durch das Fenster durchmogeln kann Oder vielleicht von ganz ganz oben Dass du dann halt immer die Plattformen als Dings nimmst Ach komm schon Du musst jetzt hier nicht schilden und so Das heißt wir müssten erst dieses Dorf hier ausräumen Auf jeden Fall Bevor wir uns dem hier stellen Und hier müssten wir dann unser Lager dann auch aufschlagen Na gut dann hole ich mal das Lager her Möchtest du diesen Turm dann mit erkunden? Mhm Aber das würde ich dann definitiv nicht in der Fenris machen Das wäre mir zu Risiko reich Da ziehe ich mich wieder um Aber ich denke das sind dann alles Gegner mit einem Stern Und das sind Ebenengegner Also die sind schwer Sau schwer Aber das wäre dann eigentlich genug Material Was wir dann bräuchten Da drinnen wird dann auch noch ein Boss sein Alter Hm Na gut Dann erstmal hier Das wegnehmen Das wegnehmen Das wegnehmen Das müssen wir rüberlegen Hier markiere ich mal kurz Das Schiff Nämlich ich weiß wo das ist Weil das wird jetzt wohl wahrscheinlich ein bisschen länger dauern Den zu erklimmen So Dann einmal weiter da hin Ja aber mit ein bisschen Bauholz sollte man da eigentlich ganz gut hochkommen Na ist schon wieder ein Goblin So Alihobs Na würde ich sagen hier wo das Loch ist Hier stellen wir uns dann auf Das heißt hier kommt jetzt die Werkbank hin Die kleine Kiste Und das Portal So Achso ja klar Ich kann da ja nicht durch wenn ich noch Dings drinnen hab Jetzt kann ich da durch Gut dann rüste ich mich soweit schon mal aus Und dann gucken wir mal in den Turm rein Mal sehen ob wir den erklimmen können in der nächsten Folge Da brauchen wir dann aber auch nochmal gutes Essen Da würde ich sagen machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Katz Ich mache leer und räume um Und bereit soweit alles vor Was wir mitnehmen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Hoffentlich schon wieder Also schaltet wieder ein Und bis dann Tschüss No